Musik Mein Name ist Uta Gräf, ich bin Dressurreiterin. Mein Name ist Stefan Schneider, ich bin Tierarzt und Pferdetrainer und der Mann der Frau Gräf. Ich habe quasi drei Jobs. Musik Also wir betreiben hier zusammen das Gut Rotenkircher Hof, das ist in Kirchheim-Bohlanden. Kirchheim-Bohlanden liegt zwischen Kaiserslautern und Mainz. Wir haben eine schöne Anlage gefunden mit 20 Hektar arrondiert, wo wir Pferde auch ganzjährig draußen halten können. Mein Job ist einmal eine Tierarztpraxis und dann bin ich verantwortlich für die Ausbildung der jungen Pferde. Und sportlich bin ich Working Equitation Reiter, das ist eine Arbeitsreitweise und starte da auf internationalen Turnieren. Ich bin Dressurreiterin, ich bin verantwortlich für die bisschen weiter ausgebildeten Pferde. Ich stelle die Pferde in S bis Grand Prix vor und bin meistens so einen halben Tag zu Hause und reite morgens und mache nachmittags auch viel Lehrgänge. Wir machen auch gemeinsam viele Seminare. Wir haben jetzt so auf dem Hof so an die 60 Pferde. Pferde, das sind vorwiegend Ausbildungspferde, ein paar eigene Pferde von den Bereitern und von meiner Tierarzthelferin zum Beispiel. Aber der Großteil sind Berittpferde. Also das Schöne hier in der Anlage, wir haben halt jede Menge Land drumherum und haben einen befestigten Winterauslauf, sodass die Pferde auch wirklich im Winter jeden Tag raus können. Wir haben da so einen Kunstrasenplatz, wo man schön sauber halten kann, wird jeden Tag abgeäppelt, kein Matsch. Und die Pferde können da toben, haben immer Zugang zu Heu. Und das Schöne ist, wir reiten die jungen Pferde, reiten wir an so zwei, drei Monate. Da kann man mit denen gleich ins Gelände reiten. Hier super Ausreitgelände. Ich habe einen besonderen Bezug zu Aachen. Ich habe in Aachen gelernt bei der Familie Damen. Und ich war auch überglücklich dort, habe auch sehr viel gelernt. Und für mich, ich habe auch noch viele Freunde und Bekannte in Aachen. Für mich ist das ein bisschen wie Heimkommen. Ich habe auch noch Verwandtschaft in der Nähe von Aachen. Von daher war ich schon als Kind oft dort in Ferien. Also ich mag das total gern, das Rheinland. Und speziell in Aachen fühle ich mich sowieso total wohl. Ich war schon sehr oft auf dem Schio in Aachen als Zuschauer. Und jetzt ja auch schon ein paar Mal als Reiter. Und das ist halt ein total besonderes Erlebnis. Also von vorne bis hinten. Alle Leute sind total nett dort. Wenn man schon ankommt, fühlt man sich schon irgendwie wie daheim. Das Reiten dort in dem Stadion ist toll. Der Abschied der Nationen ist ein Erlebnis. Also ich gehe auch gern als Zuschauer hin. Also ich finde, als Reiter und als Zuschauer ist es wirklich ganz toll dort. Ja, ich durfte auch schon mal im Deutsche Bank Stadion reiten. Und zwar war das Pferd und Symphonie. Also wo das Symphonieorchester da war, sind wir Show geritten mit spanischen Pferden. Also das war schon Gänsehaut-Feeling pur, mit dem Live-Orchester da zu reiten, mit einem tollen Publikum, richtig gut. Vielen Dank.